Heute schauen wir uns die 5 Euro Münze gebänderte Prachtlibelle aus der Serie Wunderwelt Insekten an. Es handelt sich um die fünfte Ausgabe, die am 9. November 2023 ausgegeben wurde und die Münze zeigt die gebänderte Prachtlibelle über Rohrkolben, also ihrem natürlichen Lebensraum. Der Lebensraum ist relativ vielfältig, dazu zählen träge Mittel und Unterläufe von Fließgewässern oder auch von Menschen angelegte Gräben. Wichtig ist dabei, dass diese viel Sonne abbekommen und auch gerade im Uferbereich viel Bewuchs haben und da fühlen sich dann diese Libellen besonders wohl. Der Namensgeber für die gebänderte Prachtlibelle ist bei den Männchen die schwarz-blaue Binde an den sonst durchscheinenden Flügeln. Der Körper dieser Libellenart ist bei den Männchen eher in grünlicher Färbung. Die Münze ist offiziell teilkoloriert. Sie besteht aus Kupfernickel mit einem Gewicht von 9,68 Gramm. Sie hat einen Durchmesser von 27,25 Millimetern und wurde in der Münze Hamburg mit dem Münzeichen J geprägt. Die Randschrift lautet Wunderwelt in Sekten. Die Künstler der Münze sind Detlef Bär und André Witting aus Berlin und ich habe diese Münze wieder in Stempelglanz und Spiegelglanz in meine Sammlung aufgenommen, wobei ich persönlich bei beiden Exemplaren nicht mit einer Wertsteigerung rechne, denn selbst die Ausgabe in Spiegelglanz wird mit einer maximalen Auflage von 100.000 Exemplaren angegeben. Trotzdem sind es Motive, die mir sehr gut gefallen und deswegen sammle ich auch diese Serie. In diesem Sinne, ich hoffe, die Kurzvorstellung hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!